einen schönen guten tag und willkommen zurück zu man hand so da mache ich da weiter wo ich letztes mal aufgehört habe mit der 18 szene grenz patrouille meine aufgabe besteht diesmal darin du musst den seiteneingang zum keller der villa finden ich bin diesmal bei bei mr starks wasser an der villa angekommen oder praktisch wurde dorthin begleitet einmal hier die glasscherbe mitnehmen jetzt muss man schauen wie ich da erstmal rauskomme sogar draht ist auch noch da und er hat jetzt seine private meter dabei das war schon mal einer von dem gleiche erst mal verstecken okay der hat auch eine schwere pistole bei sich keine flasche auch noch mal schauen kann ich jemanden noch anlocken ich habe jemanden angelockt ein und Okay. Oh. 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 Fuck. Verdammt. Okay, dann eben so wird das Problem gelöst. Lass' wir mal schauen, oh was ist mit dem passiert? Komplett ja verstümmelt. Oder angeknabbert. Mal schauen, okay, auf jeden Fall nehme ich die Dose mit. Was haben wir da? Brecheisen. Ich habe hier nochmal ein Stück Draht. Okay. Okay, nix passiert. Ah, steht da einer? Ich glaube, da steht einer. Ah, perfekt. Und tschüss. So. Okay, der hat auch Schmerzmittel fallen gelassen. Das ist schon mal gut. Und eine Schrotflinte. Wie praktisch. Äh, ja, wo soll ich den hinpacken am besten? So, dann packe ich mal da hin. Um das Eck. So. Okay, eine Schrotflinte mit Taschenlampe habe ich. Ah, okay. Okay. Cool. Okay. 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 Abgefüllt. Kommt da noch einer? Ne. Mal schauen, hier ist nichts. Okay, keiner meldet sich. Hier meldet sich auch keiner. Okay. Momentan bin ich sicher unterwegs. Schießerei auf dem Gelände. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Shoot to kill. Repeat. Shoot to kill. Both targets. The angel of death is home and awaiting visitors. Okay, mal schnell hier mal verstecken. Eish, mach mal den Kopf mal. Ah, verdammt. Okay. So, dann versuch ich das nochmal, das Ganze. Ich glaube, da kommen so viele. Ah, da ist noch einer. Jetzt habe ich sogar ein Sturmgewehr. Ist hier noch einer? Ich klopfe mal an. Nein. Ich habe Bewegung hier. Ich habe mögliche Aktivität in meinem Sektor. Ich weiß nicht, es könnte sein. Hey, we should get some peas printed. The James Cash Tour, 2003. He ain't up here. Ich habe diesen Mann in meine Sight. Freaky kook. Sorry, guys. Okay, da wartet noch einer um die Ecke. Okay. Okay. Das war knapp. Okay. Die Pistole ist schon voll. Okay. Das ist schon mal gut. Okay. Okay. Wenn ich nicht fertig da habe, ist das Pistole ist. Ich weiß nicht, sonst sei es. Oh, das ist los. Oh, du bist. Ich weiß nicht. Der Mann ist ein-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er. Wie rumläufst du? F**k! The hounds have come to play! Base is dead! Lunatic's breaking! Hey! We got you outnumbered and outgunned! You're not a b**ch! We're getting aboard over here! Make a move in! Hm? So! Okay, ich hoffe das war's dann auch mit den ganzen Leuten hier! Da kommen etwa unendlich viele! Hm! Hm! Nothing for me, the psycho unapproved one! A tracking of possible contact! Okay! Okay! Okay, da unten steht der. Ah, das Zielsystem. Der wird in meine Sight. Mach der Held fest. Oh. Ah, schnell nachladen. Ah, schnell nachladen. Ah, schnell nachladen. Ah, komm. Okay, einer wartet noch. So. Meine Güte, da kommen etwa unendlich viele von den Wachleuten. Ah, verdammt. Na gut, dann auf ein Neues das Ganze. Hab auch kein Kopf mehr. Aber das ist nicht schlimm. Ich glaube, ich habe etwas über hier. Ich gehe in. Oh, shit, Mann. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Okay, das war Nummer 1. Ah, okay, diesmal kam die auf einmal. Ah, das sollte eigentlich machbar sein, es sind ja nur 4 Schützen. Okay, da kommt schon der nächste an. So... Ah, ich bewege mich nicht. Oder? Einer fehlt. Okay, diesmal nicht. So... Okay, hier komme ich nicht rein. So... Okay, das ist einer der Scharfschützen. Okay, die Schlingung zu zweit. Okay, was macht der? Okay. 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 Okay, das löse ich mal anders. Die Scharfschützen sind weg. Okay. 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 Ah, verdammt. Okay, nochmal das Ganze. Ach... Aber ich komme immer ein Stück... Naja. Ja. Ja. Okay. Ja. Okay, das ist einer wirkliche Strecke. Ich bin echt durch. Schmerzmittel? Okay. Was muss ich denn überlegen? Kann ich zurücklaufen? Da kann ich die Schützen ignorieren. Ah, ich glaub, die muss ich wegmachen. Diese Scharfschützen, oder zumindest einen davon. Die Scharfschützen, die sind auf der anderen Seite. Sektor ist green. Copyright, we're moving. Ah, den lasse ich mal im Leben. Den werde ich dann lautlos ausschalten. Jetzt so ein bisschen nervöser schau. Ah, okay, da ist eine neue Patrouille unterwegs. Ich kann nicht sehen, dass diese Scharfschützen. Warum sind wir diese schmerzen? Tell yourself, du Raven-Sight-Tonik! Sektor clear. Okay. Okay, dangerous this guy is. He's a human. Okay, dangerous this guy is. Did you get that? Who's got the scope? Shit. Shit, yes, sir. Huh? Ah, he's used to take a guy from behind. He ain't gonna come out for a safe fight. Huh? We're all here. Let's get the show over with, you murdering kook. Tracking the target. So, ich würde sagen mal schnell bei, weil ich muss ja zum Seiteneingang. Und, ah das sieht schon mal gut aus. Ah, Kellerbereich. Oh, okay. So, 32 Jäger ausgeschaltet, 3 Jäger exekutiert. Stilpunkte, 4 Sterne, natürlich Hardcore. So, passt, würde ich mal sagen. So, erstmal kurz. So, erstmal kurz. So, erstmal kurz. So, pass auf Überwachungskamera auf, okay. So, okay. Interessantes Hinweis für die nächste Szene, würde ich mal sagen. Irgendwas mit Überwachungskameras. Ansonsten würde ich mal sagen, war es das auch wieder fürs Erste. Nächstes Mal geht es dann weiter mit der 19. Szene, Schlüsselperson. Ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Ganze wird ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen.